und da kommt schon gegner von zu und die kässe sind meisterschütze das erinnert mich irgendwie jetzt an mario irgendwie immer so viele tore dann geht es zum boss mann 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 du brennst du schüttel was hast du denn jetzt gemacht ja ich wohl angezündet du hast dein gasdienst genommen kann das sein erst mal anzünden hat sich selbst angezündet immer das haarspray benutzt nein ring hat mich angezündet ach so wir spenden nicht alles was was feuer macht ich wollte es ja mal ausprobieren aber das nicht gleich um er ist im kessel mich hier was schon mal ne weich nicht ich war nicht drin du bist du nicht so alles hier nicht gucken wir in meine to do liste nur nicht leben würde ich gerade sagen ich baue mal schnell ein feuer ich muss mir was zu essen machen der kunde kraterhöhle die haben wir jetzt hinter ein weg in den kessel abgehakt der kunde höhle der anwälte der kunde höhle im abgrund noch jemand was ich habe zwei arme drauf ich leg noch was drauf brauchen arm drauf und noch einen drauf scheiße das hat sich nicht gut an ich bin immer noch nicht voll ich bin voll ich bin voll ich bin froh ja ich hab dir doch ein bein drauf ist junger da ist ein hase ist der verdorben legt eure rüstung vorsichtshalber jetzt eigentlich geht's ab das hört sich für mich auch anders an ich mag es schon mal ich könnte eigentlich nur die knochenrüstung anlegen und wo müssen wir jetzt lang ich würde sagen dahin wo der hubschrauber da liegt wie ich das so sehe knochenhaut und schraube ich sehe da einen abgestürzten hubschrauber ich glaube das gehört zum flugzeug ne das ist ein schrauber tatsächlich hallo hallo oder städter du scheiße das war ich habe eine machete gefunden wo es war was die hübschrauber kopfschuss muss die machete kümmer die torsbord komische haha auch schon machen die liefst hier wo ist er denn hier an dem Ding wo ich stehe auch wenn ich mal weg was ist jetzt besser Klamotten höre ich den Anzug jetzt an ne doch ich will ja auch einen Anzug ja damit irgendwo im Anzug ja wir sind zarte Businessleute ich häng bis naja weiter geht's was kann man mit der Machete die kann man auch kombinieren echt vergiftet schaden Geschwindigkeit naja braucht man nicht ich nehm zum Kämpfen aber trotzdem nicht die Machete da hinten ist ein dickes wo echt ohja das mag ich aber noch so ohja das ist so roma es ist so ein Polter Polter Titten Torstenau ist ja oh oh er kommt nein aber er kann hier nicht wo er kann hier nicht hoch und dann kommt er gleich wieder mal gefeiert rein oh er ist um oh je toll soviel zum Thema da kommt er nicht hoch kommt er hier halt nicht runter doch doch du oh oh umleck wieso ich oh halleluja wieso brennt denn nicht geht der da an nö ich hab Giftpfeile wo wo ist er denn wieviel Giftpfeile frisst du eigentlich oh ich schimpf auch direkt da rein oh oh mein guter geht jetzt mal nicht da hauen oh viel zu viele Pfeile verbannert hier sehr gut gleich mal anlegen so sieht's aus noch einer noch einer oh nö ey zeigen sie ja nochmal was oh oh da kommt er schon andiamo evo ist das der Anstaltgamer der da brennt könnte man so sagen ja ooooh ich weiß gar nicht wohin alter ooooh ooooh feuerbeschatter ups jetzt schießt er fast Ringo ab ooooh ooooh was war das denn ooooh 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 alter ich hab kaum noch Pfeile alter er ist tot sehr gut muss erstmal ein paar Pfeile und die nächste Rüstung gleich anlegen wartet jungs ich muss mir mal schnell feile machen es wird hier immer immer heller wir drehen uns hier im kreis kann das sein so gut dass heller wird ich glaube ich war mir auch noch mal ein paar pfeile was brauche ich denn noch mal federn dann kann sie gleich mit alkohol und stoffen dass die feuerfeiler was man noch mal eine normale fall so einmal kann ich glaube ich noch nur kann ich nicht und voll mit meinen pfeilen ich lege mal meine taucherdings ab gemeinheit aber ich glaube wir werden heute nicht mehr finden und so wir werden den heute nicht mehr finden also ich muss ich muss sobald feierabend machen ich muss eine frühschicht ich auch ich muss noch mal ein video ach du scheiße heißen ich glaube wir sollten uns dann noch mal ein speicherdings bauen auf jeden fall ein dickerchen brennt der lebt noch ich habe ihn bein geschossen weil ich kann die pfeile mehr ja hey der macht den anderen fertig oder 1 ich bitte auf den großen mutter nicht soll ich mal fragen ob der ältere mann in das einkaufszentrum mit dem auto reingeschossen ist wo du arbeitest ist das passiert ich weiß davon gar nichts also ich sag mal so ich war bis 17 Uhr heute arbeiten da war alles ruhig also meint er jetzt hamburg oder magdeburg wenn er hamburg meint letzte woche letzte woche ne bei uns steht alles aber gibt ja auch ein paar einkaufszentren in hamburg man man wirst du doch doch nicht immer weg hätte ja ach ein man und ex-not zähl ich mal müssen wir bestimmt dahinter oder irgendwie da sind doch bestimmt leiterplatten wieder drin ja da kann man auf keinen platz mehr für bomben die müssen wir auf jeden fall auch nehmen die bomben ok da ist nix gibt es irgendwas brauchbares alterplatten braucht doch keine sauer kleine steine die thema aus mit snacks oder drinks das war gucken wo wir weiter gehen ja wo geht es jetzt immer oder passt auch wenn wir jetzt hier feiern machen und wir machen das nächste mal hier weiter im case aber bestimmt wieder verlaufen oder so viel oder gibt es ja nicht wo es weiter geht nicht das ist auch wieder da hoch hier im wasser kann man tauchen er muss absaufen oder dort geht es ja weiter hier ist nix aber hier oder da gibt es bestimmt wieder irgendeinen geheim eingang ja pass auf du lass uns hier erst mal ein speicherdings bauen und dann was ist das hier überhaupt das sieht machen wir vor allem kommen wir sind ja schon weit gekommen heute wir sind ja schon mal im cave drin im hexenkessel bauen wir uns jetzt hier einen unterschlupf sagt nein ringo muss bestimmt nur pipi nein aber wir haben schon ich muss schlafen bei zwei stunden sind wir schon dran fast davon noch eine halbe stunde die höhle gesucht speichern speichern und schlafen brauchen wir nicht oder bloß nicht nix da ich will was sehen für mein geld da stand ich auf der A3 in der Vollsperrung wo ach evo ich muss auch noch mein video rendern schneiden nein 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 ich meine wir können ja nochmal kurz gucken wo wir landen müssten aber ja von da sind wir gekommen deswegen ja das ist der Helikopter das hat eigentlich das war es hat in dieser Helikopter gemacht nach den Leuten gesucht oder waren zum Stuttgart ausfüllen das ist ein das überhaupt keiner drin mehr als hier kommen auch nicht weiter so muss es dahinten und weitergehen die geht nur schlauch für mich lang er da ist ja da wo wir hergekommen sind aus dem Tor wo und dann was er wegen den Kessel was hat der Klauen dem Witzigreich sein außer der Klauen dem Witzigreich sein und man muss mit der EO was geht folge ganz genau ansehen da da bin ich mal gespannt wir gucken immer alles ganz genau Tech Team Action was ist denn hier? ich hab echt nur da kannst du einmal rumlaufen oder? bloß macht ja eigentlich auch keinen Sinn ich meine hier waren ja gerade die Boss Fight also wenn diese diese Mini Boss Fight dann muss es doch aber auch eigentlich irgendwie hier weitergehen die stellen da hier nicht irgendwas hin und das war's dann vielleicht für die welche werde ich einfach runterglitsch vielleicht für die welche welche einfach runterglitsch ich hab geguckt ob es da weitergeht jetzt hier geht nix x3 Dann lasst uns das mal feiert machen und wir machen dann die Tage weiter und gucken, wie es weiter geht. In diesem Sinne verabschieden wir uns aus dem Stream und aus dem aktuellen YouTube-Video. Lasst uns gern ein Like da bei Nights of Gaming TV. Spendet uns gern 10.000 Euro oder mehr. Wir lieben euch alle. Bis zum nächsten Mal. Tschau tschau.